Was ist die Nervenleitgeschwindigkeit, NLG, und warum wird sie gemessen? Bei der Elektroneurographie, eben der elektrophysiologischen Untersuchung des Einsatzes von Strom zur Untersuchung der Nervenleitgeschwindigkeit, wird die Leitgeschwindigkeit ihrer Nerven untersucht. Dies dient dazu, Störungen der Nerven apparativ, also mit dieser Nervenleitgeschwindigkeitsmessungsapparatur, objektiv darzustellen. Also das, was vorher klinisch dargestellt wurde, aufgrund ihrer Schilderungen, da hat sich was geändert, es ist bammstig, ich bin schwächer geworden, wird jetzt apparativ mit der Nervenleitgeschwindigkeit dargestellt, in Zahlen dargestellt. Dabei kann man Rückschlüsse auf das Ausmaß und auch auf die Verteilung der Nervenstörung ziehen. Das heißt, welche Nerven sind betroffen, viele Nerven wie bei einer Polyneuropathie, und wie stark sind die Nerven betroffen. Wie läuft die Untersuchung der Nervenleitgeschwindigkeit ab? Die Nervenleitgeschwindigkeitsmessung, also die Untersuchung, läuft derart statt. Es werden Elektroden an den interessierenden Nerven angelegt und ein Stromfluss angelegt, und das spüren Sie durch ein leichtes Pixen. Ein Elektromyogramm ist die ergänzende Untersuchung zur Nervenleitgeschwindigkeit, wo letztlich die Muskelaktivität gemessen wird, und wo dargestellt werden kann, ist die Störung primär, also zunächst im Muskel gelegen, oder ist die Störung durch die, den muskelversorgenden Nerven oder durch den, den muskelversorgenden Nerven bedingt. Das ist hier gerade auch sehr wichtig. Wie läuft die Untersuchung mit einem EMG ab? Die Untersuchung funktioniert dahingehend, dass mit einer Elektrode, mit einer Nadelelektrode, die recht fein ist, in den Muskel eingestochen wird, und der Patient, die Patientin aufgefordert wird, den Muskel anzuspannen. Durch das visuelle und akustische Signal lassen sich dann auf entsprechende Erkrankungen oder Störungen Rückschlüsse ziehen und damit apparativ diese diagnostizieren. Wann wird die Pädobarographie durchgeführt und wie läuft sie ab? Eine Pädobarographie führt man sinnigerweise dann durch, wenn es zu schweren Sensibilitätsstörungen im Bereich der Füße, der Fußsohle kommt und dadurch falsche, veränderte Druckbelastungen auf die Fußsohle erwartet werden müssen. Diese können nämlich zu Minderdurchblutungen, zu Ernährungsstörungen, letzten Endes zu sehr therapieresistenten Geschwüren im Bereich der Fußsohle führen, die zu chronischen Wunden ausorten und letztlich auch Komplikationen wie Infektionen bis zur Knochenalterung, wenn es reingeht, und bis zur Sepsis nach sich ziehen können. Die Pädobarographie soll solche falschen Druckspitzen identifizieren und daher durch rechtzeitige Einlagenverordnung oder in vielen Fällen auch Anpassung eines entsprechenden orthopädischen Schuhwerkes gegensteuern. Bei der Pädobarographie, sie ist eine schmerzlose Untersuchung, stehen Sie auf einer Druckmessplatte bzw. gehen Sie im normalen Gangzyklus über diese Druckmessplatte und diese Druckwerte werden entsprechend rückgemeldet, apparativ an einen Computer, dort hochgerechnet und falsche Druckwerte, Druckspitzen können identifiziert werden, was wiederum die klinische Korrektur durch eine Veränderung des Gangbildes, durch Physiotherapie zum Beispiel, aber insbesondere durch eine entsprechende Anpassung Ihres Schuhwerks beziehungsweise Einlagenversorgung nach sich ziehen sollte.